Hallöchen, Shinigami Lucifer wieder hier und Greedfall, ähm, oh, meine Maus ist noch, ah, ja, mein Maus hat gerade sauber gemacht, deswegen war die Maus weg, ähm, ja, wir mit unseren zwei Companions, und, ähm, hm, dachte ich mir doch, dass hier irgendwo noch was sein könnte, Ammo und Gold Coins, gut, äh, wir sind ready, eigentlich, äh, allerdings, ich war noch nicht hier unten, meine ich, äh, am Schiff, am Schiff direkt war ich noch nicht, das, was ein bisschen ärgerlich ist, ist, dass das Feuer annähernd gleich aussieht, wie, ähm, Gegenstände, die ich nehmen kann, ich meine, dankbar, auf jeden Fall, dass die es markiert haben, weil, ähm, sowas ist nicht zwingend, okay, das ist eine sehr strikte Barriere, wir können also nicht Richtung Schiff, ähm, ja, gut, also, war nur noch eine Idee, dass hier unten was ist, wir haben alle Missionen, die wir gefunden haben, über die Zeit, äh, erledigt, und, jetzt geht es los. Hm, Hm, Ich hab meiner Mutter Schiffs gesagt, ich hab den zwei Astrokaten, Hainis. Nein, mein Haus ist in Ordnung, wir sind bereit, um zu embarken. Woh, 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 woh! Ja, das ist unser Schiff. Woh, 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 woh... Ups. Okay, unser erster Endboss? Oder Zwischenboss? Auf jeden Fall sehr interessantes Wesen. Yo! Der hat den Musk gekillt. Oh, und ich muss es gar nicht bekämpfen. Der hat den Musk gekillt. Ah, nicht ganz. Ach, das Medaillon, was wir haben. Okay. Aha. Ich sollte mich mal... Ah, okay. Abgesehen davon. Oh, die waren ja jetzt auf 5. Also, wenn ich dodge, dann dodge ich. Oh, den doppelten Sch... Schwingen... Hab ich nicht. Knockdown... Hm. Hm. Okay, einfach wird das nicht. Ich glaube, ich habe auch nur zwei oder drei Tränke übrig. Das ist ein bisschen unglücklich. Oh, okay. Oh, das ist ein bisschen... Ah, shit. Okay, nicht aufgepasst. Oh, shit. Oh, wow. Sobald ich durch die Rüstung durch bin, ist das Ding ganz schön einfach. Außer wenn es mich da erwischt. Damit habe ich nicht gerechnet. Okay. Ich meine, parieren kann ich es nicht. Ich muss ausweichen. Ich müsste eigentlich versuchen, ein paar von meinen Fury-Dingern da reinzubekommen. Ich denke mal, vielleicht wäre die Axt am Anfang gut. Ich denke mal, das ist gut. Ich denke mal, das ist gut. Ich denke mal, das ist gut. Ich denke mal, wie geht es denn hin? Ich denke mal, wie geht es denn hin? Ich denke mal, wie geht es denn hin? Naja, wenn das monatelang in diesem Schiff drin gesteckt hat, kannst du dein Arsch darauf verwetten, dass das definitiv schon geschwächt war. Außerdem, da fehlt ein Fuß. Ich glaube nicht, dass das zwangsläufig sehr hilfreich ist. Kommen wir jetzt hier rüber. Also, ich wette, die würden auf dem Schiff nicht mit Kisten rennen. Also, ich denke mal, wie geht es denn hin? Ich glaube nicht, die sind nicht so schlimm. Ich glaube nicht, wie ich ihn hätte. Ich bin nicht so schlimm. 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 Ich bin sicher, dass ich das. Ich bin sicher. Eine Sache müsste ich gerade mal gucken, äh, sorry. Ich meine, wir fahren ja eh gerade noch, deswegen... ...und wir laden noch, deswegen haben wir sie von mir schon. Jetzt haben wir Level 5 erreicht. Let's talk about. Please support the... ...uchig. Die neue Insel. Und es sind gleich mehrere Schiffe. Und da kommt erst mal der Titel. Das ist dem ersten Mal der Titel. Naja. Der Titel von Haus Orsay, dein neuen Governer. Ich habe keine Ahnung, welche Art von Ceremonie vorbereitetst du für meinen Reifen. Aber ich würde es glücklich überraschen. Ja, das sind ziemlich besonderes Verhältnism. Ich sehe, ich sehe, ich sehe, dass du ziemlich intensiv bist für mir ein Bier. Hallo? Kat, hast du die Worte, Herr? Meine Damen und Herren? Es wäre die wunderschönen Beaks? Ich bin wirklich entschuldigt. Die Doktorze sollten eine größere Maßnahme geben. Vielen Dank, liebe Doktorze. Gehen Sie, nicht die Norden. Sie müssen nicht darauf achten. Insofern, nur drinken. Die langen Gelegenheiten auf dem Meer brauchen den richtigen Träten, kurz wie wir landen. According zu unseren Wissenschaftlern, ohne Fortifizierungen, Sie können sich die Todesmögen sein. Ich sollte die Todesmögen sein. Diese Konkozze ist eine frische Torsche. Ich denke, dass sie dich auf dem Flugzeug bemerkt haben. Nein, nicht in der wenigsten. Und Sie müssen Frau Morange sein, meine Vorabschlögen. Sie sind richtig. Da Sie sind! Für Ihre Gesundheit! Aha! Sie haben auch Ihre Dose von Vial. Ich versuche Ihnen Frau Morange, und Sie, meine Frau, meine sehr vertrautenden Kostin. Wo ist der Kapitän? Er scheint zu sein, mit einer Art von Admiral. Ja. Ja. Dann werde ich ihn später bedanken, für diesen sehr hervorragenden Kostin. Herr Schäuern, stehe mich in der Paläse, bitte Sie. Und, wenn es möglich ist, gehen Sie von allen den inträgenden Alliwärten. Ich sterbe, mit impatience, um diese neue Stadt zu finden. Meine Stadt! Herr Schäuern! Herr Schäuern! Wir müssen warten für unseren Escort! Nein, keine Angst. Nein, keine Angst, denn ich bin hier. Ich bin hier, meine Frau. Herr Schäuern! Oh! Herr Schäuern! Herr Schäuern! Herr Schäuern! Herr Schäuern! Herr Schäuern! Ah! Er ist die zweite Variante! Herr Schäuern! 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 talent ein sekunde noch ich wollte nur kurz noch was noch irgendwas was ich es kann sein dass mein streamer ein bisschen hoffen wir dass es sich geregelt hat wie für den talent okay remaining points heavy weapons damage kicks long blades roll I quickly using dodges second time sehr interessant ich nehme an das sind dann die ok gehen wir ein bisschen hier rein ich meine wir haben jetzt schon 100 prozent mehr das kick unbalance more talent jeden fall noch pecking um shop job which is Vielen Dank. Jail Harbour. Hm. Ich meine, den Kampf kann ich nochmal gewinnen. Das ist nicht die Sache. Und die ganze Fahrt kann ich überspringen. Ich habe den Zellenschlüssel aus irgendeinem Grund. Ah, guck mal heran. Die Kiste ist gar nicht da. Was sagt mein Inventar? Habe ich den Zellenschlüssel immer noch? Was ist das hier in Harbour Jail? Ah, Harbour Jail. Ach, da war ja noch was. Harbour Jail. Vielleicht gibt es noch ein paar mehr Punkte. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kann ich Leute aus dem Gefängnis befreien. Und die sahen aus wie die Segel. Segel, die... Schmuck, da war ja noch. Ach, da war ja noch. Danke, mein Herr. Und nicht über mich, ich schlafe aus, ohne sich zu sehen. Geht ja nicht. Hmm. Der Unterschied ist jetzt, dass ich einen Schmuggler freigelassen habe. Es bringt mir nichts. Ich habe keine Erfahrung dafür bekommen, ich habe keine Gegenstände dafür bekommen. Ich wollte nur mal sehen, was das ist. Wenn da auch irgendwie Story dazu gekommen wäre, hätte ich es nochmal gespielt. Anscheinend war da nichts. Okay. Da hatte ich mich entschieden für... Hier. Lockpicking. Level 9 ist nächster. Let's record. Gut, also ich... Gehe mal davon aus, dass ich erstmal einen Moment hier rumrenne und ähm... Dinge einsammle, die ich mitnehmen kann. Ich gehe mal davon aus, dass das Lagerhäuser von denen sind. Da kann ich eventuell drüber. Muss nicht zwingend sein. Reserven Norths. Ich meine, ich habe eine Uniform von denen an. Ich meine, mein Gesicht ist nicht so tätowiert wie das von denen. Deswegen... Jetzt sind wir in den... sind wir hier in dem greift er mich an dachte ich mir schon dass die nicht unbedingt so angriffslustig sind mir gegenüber von hier aus ja von hier aus komme ich rein mal dass dann mit der warnung war immer ich muss raus um ihn zu finden gibt sinn ok das heißt die kris geschicklichkeit in irgendeiner form sehr interessant sieht aus wie das andere lagerhaus in dem strom war ok da gibt ein feuchten kerrig darüber was was wir hier machen ob wir hier sind ich meine warum auch nicht war hier nicht ein schmied zu hören in der werkbank in irgendeiner form menge materialien weiter nichts zu finden und das ist wieder der balkon im sprung man kann auch die leiter benutzen es ist schon praktisch dass die uniform aufgegriffen habe ich meine theoretisch hätte ich auch hier lang gekonnt hätte ich nicht klettern müssen dann hat man die frage wie man hier hinkommt das ist eigentlich kein stört dass ich hier rumrennen und massig kisten autos kannst du zerstören ok und massig kisten lehrräume ist auf jeden fall interessant hier hätte ich auch klettern müssen ok wir haben zwei leute mit mit uniform und das einzige was zählt bin ich was die uniform angeht deswegen naja gut da konnte ich nicht rein den schmied habe ich auch nicht gefunden den man gehört hat merkwürdigerweise das war gute menge mehr warehouse sie nehme ich mal an dass das so im a und b ist ziemlich ähnliche pläne hier für ihre bauten da komme ich nicht raus ich habe noch was hier oben kann man mit dem kerl reden ist da habe ich das übersehen mit dem kann ich nicht reden jetzt mal gedacht so stimmt was haben wir haben nur hier neue kann ich noch mal zurücksetzen eigentlich wollte ich auf die karte gucken ja das waren die drei lagerhäuser die ich jetzt abgesucht habe dann kommen wir durchs tor was mich interessiert warum kann man hier hochklettern wo führst du uns hin alles klar ich dachte man könnte jetzt hier rüber aber scheinend nicht das sind ja dieselben wachen wie der kerl den ich dabei habe okay so mein plan war copper district kann verschiedene sachen heißen kupfer ist einerseits nicht wertvoll andererseits kommst du auch an was du draus machst kann man schwimmen gehen nichts mit schwimmen ich mein du bist ein händler kann ich mit ihr hier laufen komische leute rum die stufe zwei ich könnte jetzt habe ich endlich lockpicking und als erstes sieht man dann stufe zwei nachdem na gut merchant da können wir auf jeden fall bisschen was von dem kram verkaufen den wir nicht zwingend brauchen wie diese ganzen tränke die ich erstmal nicht danke wahrscheinlich